Das Zagros-Gebirge ist das größte Gebirge des heutigen Iran, wobei kleinere Teile sich auch auf dem Gebiet des Irak bzw. der autonomen Region Kurdistan befinden. Es ist Teil des albidischen Gebirgssystems. Der höchste Berg des Zagros ist der Zatku mit 4550 Meter Höhe. Geografie Der Zagros zieht sich über etwa 1500 Kilometer von der Provinz Kurdistan an der irakischen Grenze bis zur Straße von Hormuz, wo sich Vorderasien und die arabische Halbinsel auf 50 Kilometer nähern. Das Gebirge läuft etwa parallel zum Schwemmland des Tigris bzw. zum persischen Golf in 50 bis 100 Kilometer Entfernung und ist in mehreren Gebirgszügen 200 bis 300 Kilometer breit. Die höchsten Gipfel erreichen nahe der Großstadt Isfahan über 4500 Meter Höhe, während sie etwas südlicher bei Shirazum ca. 1000 Meter niedriger sind. Der Keli-Shin-Pass zwischen Ravanduz und Miando ab im Iran ist der einzige Pass durch den nördlichen Teil des Zagros. Geologie Das Zagros-Gebirge wurden im Zuge der albidischen Orogenese durch die Kollision zweier Kontinentalplatten, der Eurasischen und der Arabischen Platte. Gebildet Aktuelle GPS-Messungen im Iran haben gezeigt, dass diese Kollision noch aktiv ist. Die daraus resultierende Verformung ist aber nicht gleichmäßig im Iran verteilt, sondern hauptsächlich in den großen Gebirgsketten des Elburs und des Zagros anzutreffen. Ein relativ dichtes GPS-Netz, das den Zagros im iranischen Teil abdeckt, beweist auch eine hohe Verformung innerhalb des Zagros. Die Messungen zeigen, dass die aktuelle Rate der Verkürzung im südöstlichen Teil des Zagros Tilde 10 mm a und im nordwestlichen Teil Tilde 5 mm a ist. Diese beiden Zonen unterschiedlicher Diffomierung werden durch die Kaserun-Verwerfung getrennt. Die GPS-Ergebnisse zeigen auch verschiedene Verkürzungsrichtungen entlang des Gebirges an. H. Normale Verkürzung im Südost und schräge Verkürzung im Nordwest-Zagros. Die Sedimentbedeckung des Zagros liegt im Südosten auf einer Schicht von Steinsalz. Während im Nordwesten keine oder nur eine sehr dünne Salzschicht vorhanden ist. Das Salz führt zu einer Abscherung. Diese unterschiedliche basale Abscherung bewirkt, dass es zu beiden Seiten der Kaserun-Verwerfung unterschiedliche Topografien gibt. So ist im Nordwesten das Gelände höher und weniger deformiert, wohingegen im Südosten das Gegenteil der Fall ist. Spannungen in der Erdkruste durch die Kollision verursachten eine umfangreiche Faltung der bestehenden geschichteten Sedimentgesteine. Nach folgender Erosion entfernte weiche Gesteine, wie Tonstein und Schluffstein. Härtere Gesteine, wie Kalkstein und Dolomit blieben über. Diese differenzielle Erosion formte die geraden Bergrücken des Zagrosgebirge. Salzstöcke und Salzgletscher sind ein häufiges Merkmal des Gebirges. Salzstöcke sind ein wichtiges Ziel für die Ölexploration, da sich über dem undurchlässigen Salzsoft Erdöl ansammelt. Die Berge sind in viele parallele Gebirgsketten unterteilt und haben das gleiche Alter wie die Alpen. Irans wichtigste Ölfelder liegen in den westlichen zentralen Ausläufern des Zagrosgebirges. Die südlichen Bereiche der Provinz Fas haben etwas niedrigere Gipfel. Sie enthalten einige Kalkfelsen mit reichlich marinen Fossilien. Das Kuratsch-Börder bildet in 300 Kilometer Entfernung östlich des Zagros eine der parallelen Gebirgsketten. Der Bereich zwischen diesen beiden imposanten Bergketten ist die Heimat einer großen Bevölkerung, die in den dazwischenliegenden Tälern lebt. Die Täler liegen ziemlich hoch und haben ein gemäßigtes Klima. Die Binnenflüsse, welche in riesige Salz in münden, sorgen für angenehme Klimate auf den Hochflächen um Shiraz und Isfahan. Paleogeografie und Vorzeitklima im Südost-Iran. Der Ost-Zagros während der Eiszeit. Die Gebirgsmassive des Ost-Zagros, der Kui-Jupa, Kui-Lal-Esa und Kui-Hesa, die heute keine Gletscher aufweisen, waren während einer älteren Eiszeit bis maximal auf 1900 m ü. m hinab und während der letzten Eiszeit bis maximal auf 2160 m ü. m hinab vergletschert. Dabei entstand Z. B. auf der Nordseite des Kui-Jupa ein ca. 20 km breiter Vorlandgletscher, der von einem 17 km langen Tal bis Vorlandgletscher gespeist worden ist. Die Tal-Kleischer-Mächtigkeit erreichte 350 bis 550 m. Die Gletscherschneegrenze als Höhengrenze zwischen Gletschernährgebiet und Abschmelzzone war umdurchschnittlich 1590 bzw. 1490 m abgesenkt. Hieraus ergebe sich unter der Bedingung vergleichbarer Niederschlagsverhältnisse eine eiszeitliche Absenkung der Jahresmitteltemperatur von 11,2 Grad Celsius für die Riss und 10,5 Grad Celsius für die Würmkaltzeit gegenüber heute. Wahrscheinlich jedoch war es trockener und darum kälter. Geschichte und Kultur Die Landwirtschaft ist im Zar-Großgebirge schon seit dem 10. Jahrtausend v. CHR Nachweisbar Es wird vermutet, dass der Mensch Ziegen zuerst im Zar-Großgebirge domestiziert hat. Völker wie die Bakhtiari, die Kaschkai, die Kurden und die Luri besiedeln das Zar-Großgebirge seit mehreren Jahrtausenden und überlebten dort U.A.R. als nomadische Hirten. Andere wichtige archäologische Fundplätze sind Jamo und die Höhlen von Shenidar im irakischen Teil. Die Plätze Hadj-R-Fairudstepe und Godetepe zeigen, dass in der Zeit zwischen 5400 und 3500 v. CHR im Zar-Groß-Weinbau betrieben wurde. Die ältesten Städte im Zar-Groß sind Anshan und Susa. Im Altertum sind die Bewohner des Zar-Großgebirges durch Bodenfunde und sumerische bzw. akkadische Quellen bekannt. Lulubi und Guter fielen in Mesopotamien ein. Die Kassiten wanderten ein und begründeten eine langlebige Dynastie in Babylonien. In assyrischer Zeit befanden sich hier etwa die Königreiche El-Lepi, Namri, Samoa, Pasua und Kharala. Das Gebirge bildete oft die Grenze zwischen Reichen, wie dem Römischen Reich bzw. Byzantinischen Reich und Paterreich bzw. Sassanidenreich und zwischen den Safaviden und dem Osmanischen Reich. Heute leben unter anderem Araber, Bahtiaren, KG, Kurden, Luren und Perser im Zar-Groß. Andere Gebirge im Iran. Etwa parallel zum Zar-Groß ostwärts gegen die großen Wüsten des Landesinneren verläuft das etwas kürzere Courage-Birj. Im Nordiran, in Sichtweite der auf 1600 Meter liegenden Hauptstadt Teheran, zwischen den Wüsten und den Kaspi-Provinzen, liegt das El-Bers-Gebirge. Siehe auch Asien. Gebirgsbildung.